ja leute heute habe ich etwas ganz besonderes und zwar ich habe hier ein set und ich nur irgendein set nein ich habe das neue haupt set hier du bist nexus und wie immer darf ich das hier etwas früher öffnen vielen dank auf jeden fall konami dass sie früh öffnen darf und ich würde sagen wir schauen uns das ganze an dieses set hat es wirklich in sich wie gesagt ist das neue haupt set und es gibt hier wirklich viele sehr coole karten auf jeden fall wir haben hier support drin für finstere welt für altergeist für noble knight wir haben für monarchen sogar oh ja sogar für pearly für dinosaurier für synchro wir haben so viel support und ich würde sagen wir schnacken nicht lang weiter sondern man das ganze ist mal auf hier ist wirklich sehr viel drin von ja auch synchro freut mich sehr weil ich mag natürlich sind so damit das ganze und auch das cover monster ist ein sehr starkes synchro monster ich packe mich zur seite das ist wieder und bin wieder der fokus der kamera tag so ist ein bisschen dunkel also da sind wir doch da sind wir doch da so los geht's und wie immer ich erkläre beim öffnen das mache ich immer so und geht ja haben wir ist aber flippen und sorgt den strengen langsamer synchro welt immer wahrscheinlich an synchro support und das ist halt eben viel spiel und die ist sehr interessant gerade für ein deck eben was sehr viele synchro beschwörung macht ist die gar nicht mal so schlecht dann kommen wir gleich ja genau das habe ich gar nicht erzählt sehr wichtig wir bekommen hier neuen typ typ illusion oder illusion ja ist neuer typ der hier basiert er auf fusion beschwörung also heißt kann funktioniert hier ein bisschen mit fusion beschwörung ist ganz nett denn sie hat einen friedhof effekt und zwar wenn sie in friedhof liegt eben dann können wir eben sie verbannen und erlernen einen effekt der eben ein was weiß ich habe mich auf das tausch sagen und geheuer kontrolliert und das getargetet wird warum nicht er zusätzlich hat ihn zusammen effekt ist ganz gutes denn du kannst diese karte abwerfen für gelernt ein monster das schmier fusion erwähnt von der decken zum das heißt hier wird können wir eben was suchen notfall und das ist ein kammel interessant denn notfall ist wirklich ein notfall denn das ganze ist für rettungsaß monster und es ist eine unglaublich starke karte denn sie sagt folgendes erstmal ist sie eine rettungsaß karte was sehr gut ist heißt können sich halt eben searchen und so und zusätzlich beschwörung rettungsaß monster spezial beschwörung von deinem deck in verteidigungsposition dann biete ein rettungsaß monster von deinem hand oder spielfeld als gut um das heißt wir können hier direkt unser boss monster eben aus dem deck beschwören heißt super karte die hilft dem deck eben wirklich hier konstant an die boss zu kommen was uns dann eben wieder viele karten sucht dementsprechend sehr gute karte und dann ist das ein positionstechnisch auch interessant alter geist wie gesagt alter geist bekommt ihr neues support und link monster link 4 was jetzt erstmal ein bisschen abschreckt weil man denkt sich so ja okay so kommen wir link technisch ja nicht in alter geist das stimmt vielleicht aber es hat 3000 heißt also ein problem erstmal was behoben wird denn alter geist hat einen artikel problem öfter 3000 hat es natürlich erstmal in sich und dann folgendes und zwar kriegeffekt du kannst eine karte kontrollierst auch den friedhof legen und dann ein effekt monster wählen das ein gegner kontrolliert übernehmen die kontrolle bis jenes ziel und falls du dies tust wird es zusätzlich als alter geist monster behandelt bedeutet also wir können einfach ein monster übernehmen einfach mal überläufer machen sehr gut und ziehen wir gleich da haben wir gleich eine karte die ich nicht kenne denn wie immer ich kenne ich alle karten und sie gehört dazu maschine fusion okay und ähm ja mein mikrofon möchte auch nicht was haben wir denn hier trifat teratops oder stego cyber plus maschinen oder dinosaurier monster okay dinosaurier und maschinen kombiniert ich meine das sieht auch aus so kann ich durch kampf zerstört werden solange ein spezialbeschwörungs monster vom friedhof beschworene monster auf dem spielfeld liegt es spielt wieder mit der synergie mit diesem friedhof spezialbeschwören okay gehört also dazu falls ein oder mehr monster als spezialbeschwörung von einer hand beschworen werden solange sich diese karte monster auf dem spielfeld befindet außer wenn du step step kannst du eine karte die du kontrollierst und eine karte die gegen kontrolliert werden zerstöre sie du kannst den effekt von neuem spielzug verwenden also ist okay ich meine ist halt eben dino und hier ebenfalls 81 erkenne ich auch nicht solange du ein anderes dinosaurier kontrolliert können monster deines gegners diese gerade nicht als angriffstier wählen okay interessant kann eine andere karte wählen die du kontrollierst zerstöre sie du kannst den effekt von ihnen nur einer besuch verwenden auch hier wieder ich habe schon öfter gesagt in neuen dinosaurier karten es ist natürlich an sich keine schreckliche karte sie hilft ihm bibelsaurier zu zerstören problem dabei sehe ich ich möchte mal gerne neue mechanik ich möchte bei dinosaurier nicht immer nur über bibelsaurier gehen sondern auch gerne über was anderes und eisigen heilige statue denn hier ist auch der neue crimson dragon heißt er glaube ich ne feuerroter drache drin so und wir haben das erste pack und wir kommen nicht voran wir kommen nicht voran dem schauen wir uns ein bisschen schneller ähm auch sehr interessant und jagdhund der tisdiane oder wie man es ausspricht kann ich auch nicht falls sich diese karte in deiner hand oder in dem friedhof befindet und du ein licht tisdiane monster kontrollierst du kannst diese karte als spezialverschrung beschwören okay erstmal spezialverschrung nice ähm du kannst diesen effekt von ihnen nur einmal pro spiel zu verwenden ist okay äh monster die kontrollierst können direkt angreifen solange dein gegner ein monster in verteckter verlassen müssen kontrolliert 18 direkt schmeckt natürlich jagd und neues thema aqua erde erde haben wir sehr guten support ähm aqua okay let's go scheint wohl neuer archetype zu sein gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir weiter geht's mich kann du was hier drin jetzt muss ich alles hier wieder lesen es tut mir leid das ist mein sauger dazu genau eben diesen archetype während deiner main phase kannst du zusätzlich zu deiner normalbeschrung deines letztens eine tisdiane monster als normal wir schon beschwören okay das nett du kannst diesen effekt mal pro spiel zugehalten normal du kannst ein offenes monster wählen das du kontrollierst oder falls du ein licht monster kontrollierst kannst du stattdessen ein offenes man auf dem spielfeld wählen endere jedes monat direkt der verdämpfung dann füge deiner hand ein christianen karte von an deck hinzu außer sie du kannst hier in effekt noch ein pro spiel zugehalten nett 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 search karte sehr nett also sehr interessant hier ich freue mich wo die reise hingeht wie gesagt ich kenne die karten alle nicht und vielleicht kommt hier ja noch was sehr sehr interessant ist losgekehrt das ist auch eine kamen das ist interessant ja anschauen beziehungsweise losgekehrt bekommt neue karte und er ist extrem gut ist extrem gute hilft ihnen zusätzlich bekommen wir noch ein weiteres monster und auch ein linke monster linken uns das auch supergut da wurde ich vernünftig mal dass es eine secret rare ist aber weiß ich nicht und hier hat sie kamen und es ist erst 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 so mächtig ich hoffe dass es eine starlight es wäre so schön rad synchron auch neue synchron karte erst mal ein synchrone namen schon mal nice fünf sterne das ist ein bisschen problematisch aber es gibt hier ein sehr 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 interessantes und klick und echo müssen noch mal thematisieren denn das erinnert sehr an ipli denn diese karte kann eben auf der gegner spielseite spezial schon werden und man kann sie quasi für nichts benutzen aber die hand muss offen gezeigt verrückte karte wird interessant wird auf jeden fall in wahrscheinlich sprite als ein place finden spiegel schwert ritter hier wie sagt ein illusions monster und sie sagt nämlich falls diese karte genau du kannst jeder der folge effekte nur ein pro spiel zu verwenden du kannst die karte als tribuna bieten beschwöre ein monster das schmierfusion erwähnt als spezialbeschreibung von deck das heißt er kann man spezialbeschreibung aus dem deck sehr gut alter geist wiedergeburt wird neuer alter geist oh die kenne ich auch nicht oh wieder neue kann alles lesen zombie turm der nekrowelt okay falls du ein monster der stufe 10 kontrolliert kannst du die karte als spezialbeschreibung beschwören okay nice er hat auch 10 ne du kannst ihn nur einmal pro spiel durch diese art spezialbeschreibung falls diese karte auf den friedhof gelegt wird du kannst eine offene karte auf der spielfeld wählen jede karte kann diese schweizung nicht durch karten effekt zerstört werden okay wir haben zombies support ist auch interessant okay zum support nice nehmen wir mit nehmen wir mit wie gesagt ich kenne nicht alles ihr kennt ja gefühl dann alles immer und weiter geht's so jurassic stärke kenne ich schon genau evo 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 sauria beziehungsweise der ganze thema um evo bekommt einen support der echt in sich hat denn die ganzen neuen karten also die neuen monster können eben die zauern fallen karten suchen denn bisher war es ja so dass viele zauern fallen karten halt nicht super war sie mussten zu ziehen jetzt das ganze hier hilft eben das ganze zu ziehen zur suche meine ich zu ziehen genau ebenfalls bekommen wir eine neue pille die pille bestützerbeschreibung extra deck ich weiß nicht im ultimative pille da nicht noch ein besseres von daher und was ist eine ultra wer und dann kommen wir zu pörle leute das ist ein rundumgang des sets hier pörle bekommt ebenfalls neu sie ist für sleepy denn wenn du eben erinnerungen schläfrige pörle erinnerung an sie hast dann kannst du zwei karten bouncen sonst nur eine extrem starke karte super gute karte und vor allen dingen ist sie für sleepy das ist einfach super gut weiter wir ziehen echt gut zeichen der tistiane ich weiß nicht wie man es ausspricht ist tut mir leid er aktiviert die karte in dem nur ein auf dem monster auf dem spielfeld weht es beschwöre diese karte speziell schon als effekt monster okay stufe 10 irgendwie so stufe 10 so das ding hier gerade irgendwie ne mit dem folgenden effekt dieses zusätzlich wird ein ganz falle behandelt wenn du spiel zu deinem gegner ist wenn jene gewählte noch mal während des spiel zu deinem gegner ist wenn jenes gewählte ziel das spielfeld verlässt der störe diese karte während des spielzugs des gegners wenn die karte spielfeld verlässt der störe jedes gewählte ziel ah interessant ja gut das ist interessant die kenne ich auch nicht ooooh neue karte sieht aus als wäre das für sternstaub drache ich meine es hat sternstaub geförmene name falls diese karte in deiner hand oder in den friedhof befindet und du ein drachensynchromonster der stufe 8 oder höher kontrollierst du kannst diese karte als spezialbeschwung beschwören aber verbanne sie okay aber sie ist kein tuner du kannst genau aber verbanne sie wenn sie das spielfeld verlässt du kannst diese karte als verboten bieten beschwöre bis zu zwei licht drachen monster der stufe 1 der spezialbeschwung von deiner hand oder deinem friedhof außer ihnen aber ihre effekte können nicht aktiviert werden du kannst hier den effekt von den einbruch schluss verwenden okay das ist halt eben um zwei monster zu bekommen um ihm eine synchron zu machen ja ist ganz nett aber sehen wir nach und weiteren support support diabolika was die kriegen okay falls ein oder mehr unterwelt monster außer sie durch einen karten effekt auf den friedhof gelegt wird außer der step du kannst diese karte als spezialbeschwung von deiner hand beschwören von einem friedhof entschuldigung falls sie dort lag als das monster gelegt wurde oder deine hand als spezialbeschwung aber verbanne sie wenn das spiel verlässt falls diese karte durch den karten effekt auf den friedhof gelegt wird du kannst ein unterwelt monster in den friedhof wählen außer ihnen füge sie in hand hinzu viel text viel text viel text interessant auch neu auch neu dabei so auch hier kerze dies nicht neu wird also beziehungsweise kannte ich halt schon aber sie ist sehr interessant da sie eben eine fänger stufe 4 ist die man gut benutzen können also spezial bestellen kann gaia ist auch interessant dass das eine kammen ist da gibt es glaube ich im nächsten hauptzeit weiß ich nicht genau neues fusion monster mit ihm interessant und losgekettete sälen eben das gegenstück hier muss man sagen dass der andere an sich spiel stärker ist aber auch er wird auf jeden fall den einen oder anderen play sehen du bist am ende ist auch eine interessante karte ist quasi so ähnlich erst eine spezielle karte denn du kannst ja speziell schon wenn der gegner zehn oder mehr karten und effekte aktiviert hat sehr interessant aber wenn er dann noch mal was aktivieren sollte zerstörst du alle karten des gegners extrem kreativ geschrieben auf jeden fall gefällt mir auch neue karte und ebenfalls neue karte der stufe sieben okay drache synchro passt ja weil hier alles mit drach und synchro zu tun hat falls diese karte als synchro beschworen wird du kannst eine karte auf dem spielfeld wählen zerstöre sie netter effekt schon mal falls diese karte auf dem friedhof auf dem spielfeld zerstört wird du kannst ein offenes monster auf dem spielfeld wählen jedes monster kann dieses dieses spiel zuerst gegen das nicht angreifen okay ist nett aber der summon effekt ist gut einfach karte zerstören nice auch kenne ich auch nicht super starker samuraisicherheitsmann wir bekommen super heavy samurai falls diese karte normal spezial beschworen wird du kannst dir deine hand ein offenen maschinenpennel monster von einem extra deck hinzufügen was also von extra deck okay ich dachte wieder zutschen falls du keine zauber und feinkarten im friedhof hast okay du kannst diese karte als rudernbunden beschworen erde maschinenmonster mit 1500 oder weniger spezialversorgung von deiner hand oder deinem friedhof nichts aus dem deck okay dann ist ja alles gut ich dachte schon wieder auch aus dem deck das wäre natürlich sehr krass machen wir weiter wir haben hier sehr viele neue karten ich muss hier wie gesagt alles lesen aber erstmal klick und echo die kennen wir schon wie gesagt ist eine karte als mikrofon heute sind die kamera heute ist ein mikrofon irgendwie ja losgekennter zweiter ich will gerne drei davon haben dass wir das war jetzt ein bisschen okay dann haben wir auch schon sterne neuen welt kate bereits auch und die wir auch neu die haben wir vorhin schon geskippt was schlecht ist weil die wollen wir lesen denn magieschlüssel erst mal gottheit im namen das ist natürlich eine ansage stufe zwei stufe acht monstern okay das ist relativ einfach das kann man machen ein pro spielzug während seiner wenn ein normales monster oder mal die schieschlüssel monster dass deines gegners durch kampf zerstört du kannst ein material von sich gerade abhängen für den gegnerstand höhe der grundartikel des zerstörten monsters zu okay aber spielzug während der main phase des gegners schnelleffekt du kannst ein monster wählen das der gegner kontrolliert und dieselbe eigenschaft wie ein normales monster oder maschinenschlüssel monster dass du kontrollierst oder sich in deinem friedhof befindet hänge einmal treffensicherheit ab und falls dies tust du schon banne jenes monster das ist ein quick effekt ne quick effekt stark einfach monster verbannen gar nicht schlecht bekommen auf jeden fall so ich dachte gerade erst licht ich dachte das ist jetzt auch gottheit das wäre natürlich auch sehr wild ja auch das hier ist ein komplett neuer archetype der eben mit der karte aus dem letzten set sich beschäftigt ja wo evo 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 wie gesagt hier genau hier sagt man nämlich eine evo kraft oder eine sofort evolution eben direkt aus dem deck setzen wie gesagt die helfen uns eben schneller eben an die dementsprechend zu den zauern feindern zu kommen ooooh evo evo ich weiß nicht ob Lars mir gefällt oder Lars oder ich weiß auch nicht wie es auf englisch heißen würde egal ähm ja auch wir bekommen ein neues exit wir können ja dolka und lagier und noch ein dessen Name ich nicht weiß das sind drei ja jetzt eben noch ein neues und sie sagt folgendes du kannst dein material abhängen Achso, ne. Solange diese Karte Material hat, kann dein Gegner sie nicht Ziel für Monster-Effekte wählen. Erstmal ein netter Nice-Effekt. Aber der Effekt, was kann sie? Sie ist natürlich eine Interruption. Und zwar folgende. Quick-Effekt. Du kannst zwei Material von dieser Karte abhängen oder nur ein Material, falls es eben Reptilien oder Dinosaurier dran hat, und eine offene Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, annulliert bis zum Ende des Spielzugs ihren Effekt. Das bedeutet also, hier können wir nicht nur zaubern, fallen, die gehen, wir können auch Monster-Effekte indigieren oder eben zaubern, fallen. Besonderes eben halt auch permanente und, ja, ist es sehr hübsch. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Nehmen wir natürlich gerne mit. Auch die neue wieder. Ich finde interessant. Ich finde es sehr interessant, dass die neuen oft sogar Cummins sind. Gehen da ein bisschen unter, also ein bisschen unscheinbar, sag ich mal. Aber ja, Notfall, zweite auch sehr gut. Ja, hier Starfrost allgemein. Starfrost bekommt hier auch sehr viele, viele neue Karten. Und Flammende Ritter. Wie gesagt, Flammende Ritter bekommen hier ebenfalls neuen Support. Bekommen sogar ein indirektes linke Monster, was sehr gut ist. Und ja, und er hier ist nicht der Level 1er, der Level 1er, der ist extrem stark auf jeden Fall. Und wieder die neue Karte. Und auch er ist neu. Ihn finde ich ziemlich gut. Also er ist ein Synchro-Deck. Er weiß, Synchro ist natürlich immer das Problem. Synchro-Deck, du hast so wenig Platz. Dein extra Deck müsste 200 Plätze haben, damit du eben alles haben kannst. Ja, und Polarstern kommt. Das nächste Level 1 Synchro. Es gibt ja quasi kein Level 1 Synchro. Ist ja logisch, weil die Beschwörungsbedingungen halt das irgendwie nicht hergibt. Aber bei denen ist das halt möglich, aufgrund ihres Effekts. Und genau. Und sie sagt, der Gegner kann keinen Effekt von Monstern mit einer Stufe aktivieren, die jetzt spezialer Beschwörung von der Extra Deck beschworen sind. Hat natürlich ein bisschen was dazu mit der Lore des Decks. Dementsprechend, ja, nur Stufen. Ja, ist natürlich immer die Frage. Nur Stufen. Man will natürlich... Der Gegner ruft auch mal einen Monster ohne Stufen. Dann wird das Ganze natürlich schwierig. Also dann bringt das natürlich nichts. So. Resonanz. Dieses Reiches. Ist ja auch eine Kammel interessant. Ähm, auch hier wieder, äh, Visa Starfrost-Karte eben. Äh, gibt's halt einige. Ihr wollt, Dinosaurier und, uh, göttliche Dämonen. Bastiane. Schon wieder der neue Archetype. Äh, wo ich lesen muss, weil ich sie nicht kenne. Ultraware. Während deiner Mainphase, du kannst eine Monster, also Thema eigenes Monster, von deinem Deck auf den Friedhof legen. Dann, falls dein Gegner drei oder mehr offene Karten kontrolliert, kannst du eine Kristallgott-Testchen als Spezialbeschrung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Ja gut, jetzt müsste ich nur wissen. Ja, müsste ich nur wissen, was die Karte ist. Äh, hab ich noch nicht gezogen. Keine Ahnung, was sie kann. Okay, wir können aber Spezialbeschrung aus dem Deck. Das ist schon mal nett, aber es geht nur, wenn der Gegner drei Karten hat. Ah, schwierig. Äh, wäre natürlich schön, wenn wir es auch so könnten. Aber, du kannst diesen Effekt mal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte in deiner Spielfeldzone durch ein Karten-Effekt des Geners zerstört wird, du kannst das ja mal zum Spezialbeschrung von deinem Deck oder Friedhof beschwören. Okay, also zerstören will der Gegner das hier nicht, weil wir können was beschwören. Wir können was im Friedhof legen. Konnte sie sich selbst vom Spezialbeschrung? Dö, 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 dö. Äh, uh, sie kann sich vom Friedhofspezial beschwören. Ja gut, dann macht das komplett Sinn. Das ist das super gut. Das ist das super gut. Okay, ähm, sehr gute Karte. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich würde jetzt gerne wissen, was hier die Gott, äh, auch einfach Gottennamen. Also Kristallgott. Ja, würde ich gerne wissen, wer der Kristallgott ist. Würde ich gerne sehen. Zweiköpfer Dino Rex erinnert natürlich sehr an eine gewisse Szene. Ich weiß gar nicht, woran ich erinnere. Und er ist cool, weil er dann quasi zwei Mann geht im Kopf. Und er kann sich so beschwören. Auch sehr nett. Wie gesagt, neue Illusion Archetype hatten wir jetzt schon. Und, uh, Magnum der Ablöser. Hier muss ich sagen, das sieht sehr von Artwork aus wie Dark Lord irgendwie angreift. Vielleicht ein bisschen Feuer. Okay. Ja, es ist nicht Dark Lord. Egal. Ein Spezialbeschrungsmonstor von Extradeck und ein Monster aus der Hand. Was natürlich schade ist, weil sonst wird das ein sehr gutes Super-Poly-Taget. Ja, du kannst eine Polymerationszauber- oder Fusionskarte von der Fridu verbannen. Beziehungsweise unter das Deck legen und dann eine Karte ziehen. Äh, ist sehr nett. Wenn der Effekt, äh, wenn eine andere Karte oder Effekt aktiviert wird. Schnelleffekt, du kannst eine Polymerations- oder Fusionszauberkarte von der Fridu verbannen. Und meine Karte auf dem Spiel verfehlen. Zerstöre sie. Heißt also, wir haben hier einen Zerstörungseffekt. Ist ganz nett. Aber, hm, weiß nicht, wo man drin dann das theoretisch spielen kann. Ähm, hier schon. Äh, ungefähr Dark World. Aber, ähm, wir wollen mal gucken. Es gibt noch eine andere Dark World-Karte, die unglaublich stark ist. Eine Zauberkarte. Vielleicht ziehen wir die. Uh. Ja, wie gesagt, Rettungsass ist sehr stark dabei. Äh, auch ihn können wir aus dem Deck jetzt speziell beschwören. Unglaublich stark. Also, er ist jetzt hier drin. Also, ja, auf Deutsch, Rettungsass ist eine Sache, die man nicht nur belächeln kann. Sondern spielen können neue Welt. Auch hier ist eine Viert-Feldveränderung, die wieder indirekt mit Visa Starfrost funktioniert. Da muss ich sagen, ähm, bald gibt es 100.000, äh, Spielfeld-Zauberkarten. Beziehungsweise nicht 100.000. Sondern ich glaube, du musst drei jetzt spielen, wenn du sie spielen willst. Also, sehr, sehr hoch. Oh, der neue. Der neue. Oh, krass, komm mal. Das ist ein Pack mit nur den neuen Karten. Ähm, und das war's. Das war's, die Hälfte. Ähm, machen wir weiter mit der anderen Hälfte. Denn wir haben ja noch Ultraware und natürlich auch noch eine Secretware offen. Ähm, ich muss auch sagen, dieses Grün gefällt mir gut, ne? Grün ist der hübsch. So, weiter geht's. Äh, Synchro-Übertragung. Allgemein, es gibt halt, wie gesagt, hier sehr viele Synchro-Karten drin. Äh, das Boss-Monster. Äh, das Boss-Monster. Äh, das Cover-Monster ist auch ein Synchro-Monster. Vielleicht sehen wir's ja noch. Äh, vielleicht sehen wir's ja noch. Äh, Seel und... Hübsch! Feuerroter Drache. Er sieht so hübsch aus und so mächtig aus. Ähm, ja. Und zwar, sie sagt folgendes. Falls diese Karte als Spezialbeschonung beschworen wird, äh, äh, falls diese Karte als Spezialbeschonung beschworen wird, du kannst deine Hand eine Zauber- und Feindkarte, der oder die Feuerroter Drache erwähnt, von deinem Deck hinzufügen. Quick-Effekt. Du kannst einen Synchro-Monster Stufe 7 oder höher auf dem Spielfeld wählen. Außer ihn lege diese Karte ins Extra Deck zurück. Und falls du dies tust, bescheuern Drachen Synchro-Monster mit derselben Stufe wie als Ziel gewählte Monster Spezialbeschonung von Extra Deck. Dies wird als Synchro-Beschwörung behandelt. Ja, also es ist schon, ist schon eine nette Karte. Definitiv. Und wir haben sie gezogen. Boah, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wirklich. Sehr hübsche Karte. Sehr hübsche. Und Pearly! Pearly! Ja, genau. Auch ebenfalls eine neue Feilenkarte, die uns ebenfalls erlaubt, ein neues Exit-Monster zu beschwören. Und das ist auch sehr gut. Also ihr seht, wir haben hier wirklich sehr viele gute Karten drin. Für eben alte, aber auch alte, aber auch neue Themen. Äh, und Illusion. Wir haben das, äh, Fusions-Monster gezogen. Was sehr interessant ist. Ähm, ist natürlich sehr angelehnt, äh, an den Schimären früher. Ähm, beziehungsweise Ungeheuer. Dudu-Dudu-Dudu. Du kannst jeder, genau. Die kann so viel angreifen, die Materialien benutzt worden sind. Jedoch kann sie keinen Monstern Kampf zerstören, aber die ATK wird dann zu 0. Ist ganz nett. Ist ganz nett. Ich würde gerne noch, äh, von Null-Night hier die passende Karte ziehen. Äh, das wäre ganz nett. Ja, und, uuuh. Träum-Realität. Traumrealität. Ja, wieder Traumrealität. Hier oben übrigens, warte, vielleicht erkennt ihr es da oben, da oben drauf. Da schläft sie. Ja, das ist eben der Arke-Teil. Darum geht's. Oh, die ist neu. Die ist neu, die kennen wir nicht. Kann ich halt nicht spezialbeschworen werden. Die ist schon wieder 10. Was ist denn los mit 10? Alles 10. Du kannst diese Karte offen als Tributbeschworen beschwören, indem du einen Zornmonster als Tribut anbietest. Okay, du kannst sie also relativ leicht beschwören. Aber leider nicht spezialbeschworen. Das ist schade. Er hält für jedes Zombie-Monster, das du kontrollierst, außer diese Karte 200 ATK. Am Beginn der Main Phase 1. Okay, dann muss ich erst mal zugliegen, denke ich mal. Falls du diese Karte und zwei andere oder mehr Zombie darunter andere Zombie-Monster als ihn in deinen Friedhof hast, du kannst die Karte abwerfen. Füge deine Hand hinzufügen. Ah, du kannst deine Hand hinzufügen. Okay, okay, okay. Irgendwie Level 10 und Zombie. Ich habe ja schon gesagt, Zombie braucht erstmal was. Also, wie gesagt, letztes Mal fehlt dir ein gutes Fusionsmonster. Vielleicht ein gutes Extreme-Monster. Auch sehr wild. Du kannst diese Karte zerstören und eine Karte ziehen. Du kannst eine Karte abwürfen und dann eine Karte ziehen. Oder während der Endphase dieses Spiel suchst du dir eine Karte. Also, die erlaubt dir immer Karten zu ziehen. Also, wirklich immer. Egal wann. Hauptsache, Karten ziehen. Uh, Schimäre. Und da sage ich ja. Der neue Illusion Archetype hier ist er. Erinnert sehr, sehr, sehr eben an Schimäre. Wie zum Beispiel Phantom-Ungeheuer. Ja. Neues Phantom-Ungeheuer. Es gibt auch zwei Effekt-Monster. Normalerweise ist das ja... Ich glaube, eines sind Effekt-Monster. Andere ist ein normales Monster. Jetzt haben wir eben auch ein neues Fusionsmonster. Was, glaube ich, gar nicht so schlecht war. Du kannst eben was spezialisch hören. Genau. Du kannst eine zufällige Handkarte des Gegners abwerfen in deinem Face. Nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. Weiter geht's. Weiter geht's. Und... Weiter geht's. Alter Geist. Boah, ja. Alter Geist. Oh, ja. Ich würde gerne in den Level... Ne, warte. Ist das Level 3? Level 1? Ich würde gerne in den Level 1 oder 3. Uh, die dritte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und... Oh, alter Geist. Und Level 1? Ich hab's... Ich hab's geholt. Diese Karte kann direkt engreifen. Ja, ist sehr nett. Ist natürlich wie... Das andere Level 1. Er kann auch direkt engreifen. Du kannst hier in der folgenden Effekte von Ihnen auch noch eine Prozesse zu verwenden. Wenn Sie die Karte in Gegner Kampfstand zufügt, du kannst eine Karte zieren. Falls die Karte auf dem Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Altergeist-Karte von deiner Hand, deinem Deck oder auf dem Spielfeld auf den Friedhof liegen. Außer ihn. Also wir können hier auf den Friedhof legen. Ist auch sehr nett. Also ist nicht verkehrt. Ja, die meinen die drei kämpfen schon. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja. So, Europod und... Uh, Gazelle! Ey, wenn man davon redet. Ähm, ja genau. Wie gesagt. Normal Monster. Falls die Karte normal oder spezial beschworen wird, du kannst an der Hand ein Unterweltmonster Stu 5 oder eine Schimierfusion von deinem Deck hinzufügen. Sehr nett. Also sie sucht, was sehr gut ist. Falls die Karte als Material für eine Fusionsbeschwörung Friedhof gelegt wird, du kannst an der Hand ein Illusionmonster von deinem Deck der Hand hinzufügen. Auch sehr gut. Aber die Karten sind sehr gut und funktionieren eben mit den Illusionmonstern. Also ist ja irgendwie klar, ne? Hat ein bisschen was damit zu tun. So. Vor allem, wo das eine Monster halt eben so genannt wird. Weiter geht's. Rettungs-Ars-Monster, Illusion, Jurassic, Schnelles, Synchron und Jagd-Wund. Nein, ich will andere. Ich will die Gottheit. Hä? Ich sag die ganze Zeit, ich will Dings ab. Ich will die Gottheit ziehen. Wir haben noch fünf Füße da. Die Gottheit ist noch drin. Komm, wir ziehen die Gottheit. Und vielleicht die Gottheit auch eine Secret Rare. Oh, geflügelter... Okay, wir haben komplett... Wir haben alle gezogen. Hä? Verrückt. Wir haben einfach alle. Ja, toll. Die Fusionskarte erfüllen uns noch. Falls nicht gerade in einer normalen Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst an der Hand ein ungeheuer Monster Stufe 4 oder ein Schimärenfusion von deinem Deck hinzufügen. Also auch hier zur hinzufügen. Er ist Stufe 5. Ja, Spezialbeschwörung. Es ist sehr gut, dass es drauf ist, weil wir wollen den nicht normal beschwören. Im Best Case wollen wir den nicht normal beschwören. So, wir haben noch vier Booster. So, bitte nicht untergehen. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich will... Was wollte ich jetzt ziehen? Eine Gottheit? Ah, ich will zu viel. Ich will einfach zu viel. Echo. Nochmal Schimäre. Okay, nochmal Schimäre. Okay, nochmal Schimäre. Wir haben schon Schimäre. Das ist... Wir wollen Gottheit jetzt. Komm, Gottheit. Ich will wissen, was die Gottheit kann. Ah. Okay, am Ende. Die Gottheit wird ja vermutlich schon eine Ultra. Lass sie gut real sein. Ich weiß es halt nicht. So, komm. Gottheit, Gottheit, Gottheit. Gottheit, Evolt, Geflügel und... Oh, Testalus, der Schattenmonarch. Okay, das ist gut. Das ist cool. Ich habe noch gesagt, Monarch ist hier drin. Und wir haben hier Testalus, den Schattenmonarch. Und hier sehen wir eine neue Generation indirekt von Monarchen. Denn wir haben ja die Megamonarchen bekommen. Und jetzt haben wir eben Schattenfeuermonarch bekommen. Denn er hat es in sich. Denn dieser Monarch ist nicht entweder Monarch, so wie immer, so ein bisschen stärker einfach. Nein, dieser Monarch kann gegnerische Monster tributieren. Denn um ihn zu beschwören, kannst du sowohl ein gegnerisches Monster tributieren, als auch ein tributiertes Monster von deiner Seite. Und dann kannst du ihn rufen und kannst eine Handkarte klauen. Und falls diese Karte hat Tributbeschworen, indem du ein tributbeschworenes Monster Stufe 8 oder höher angeboten hast. Genau. Dann darfst du doch zusätzlich vorbei eine Karte auf dem Spielfeld. Und dann, wenn es ein Feuer oder eben Finsensmonster ist, dann fügst du Schaden zu. Sehr gut. Sehr, sehr gut, dass wir Monarch noch ziehen. Okay, ein Booster noch. Letzter Booster. Letzter Booster. So, komm. Komm, komm, komm. Noch was Schönes? Was Schönes? Uh, oh, ist doch was Schönes. Denn, ja, wir haben indirekt für Trap-Trick, beziehungsweise Fallgruben-Decks eine neue Karte. Wir haben eine neue Fallgrube. Sie sagt nämlich, wenn der Gegner ein oder mehr Monster mit 1500 oder weniger TK beschwört, ist sogar öfter, als man denkt, dann kannst du das Monster eben verbannen. Und zwar verdeckt. Sehr gute Karte. Wird Trap-Trick sich definitiv drüber freuen. Worüber ich mich auch freue, was wir hier alles gezogen haben. Ist ja echt sehr viel, was wir hier gezogen haben. Wir gehen hier nochmal eben kurz durch. Upsala. Ja, Noir ist ja auch sehr, 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 sehr hübsch. Uh. Ich hätte gern die Gottheit gezogen, aber man kann nicht alles ziehen. Und irgendwie habe ich hier gerade Schwierigkeiten. So, gehen wir nochmal durch. Ja, ich meine, Feuerrot und das sind schon sehr hübsche. Finde ich auch schwarz und weiß. Finde ich sehr cool. Dann eben neue Arcade. Mich würde gerne interessieren, was die Gottheit kann. Wenn die Gottheit einen sehr guten Effekt hat. Sehr gut. Viel Spell. Moir, wie gesagt, superfallen. Testalos, wie gesagt. Neue Illusion Archetype. Archetype, genau. Typ, besser gesagt. Und eben Archetype nochmal drum. Um eben, ja, Gazelle und etc. Dann haben wir eben das neue Synchro-Monster. Dann sind das erkannte. Und eben auch diverse neue Karten, die ich nicht kannte. Und alter Geist haben wir halt, wie gesagt, aufgezogen. Von daher sehr cool. Echo ist auch eine Kammer. Sehr interessant. Dann noch ein Super-Rare, Super-Rare, Super-Rare und Super-Rare. Und das ist der Überblick. Und hier zu guter Letzt. Ach komm. Guck mal, wir haben jetzt. Wir haben. Das ist doch schön. Wir haben Schwarz-Weiß und eben Link-Monster. Das ist sehr cool. So. Hier. Das ist das Endbild. Ich glaube, das Ganze lässt sich sehen. Ja, Leute. Ich hoffe, das Überblick hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist das neue Haupt-Set. Und ich muss sagen, das Set hat es wieder in sich. Wir haben, glaube ich, viel gesehen. Aber eben nicht alles. Wie gesagt, es gibt ja noch für finstere Welt noch sehr gute Karten. Wir haben dann losgekettet ebenfalls das Link-Monster nicht gezogen. Was sehr schade ist. Wir haben einen neuen Archetype, wo ich nicht mal weiß, was das Monster Canvas rufen kann. Aber genau, wir haben Pearly. Also wir haben hier wirklich sehr viel. Es gibt sehr viel, was man hier eben haben kann. Und wir haben auch Synchro. Synchro. Es gibt auch noch ein sehr starkes Monster, was wir jetzt leider nicht gezogen haben. Um genau zu sein. Ein Synchron-Monster. Was es leichter macht, eben Synchron-Monster zu beschwören. Level 8 oder Level 7 oder 8. Drachen-Synchron-Monster. Leider nicht gezogen. Hätte ich auch gerne gezogen. Aber ich vermute mal, das ist eine Secret-Rare. Dementsprechend. So, das war hier eben das Opening. Wurde doch ein bisschen länger. Aber ich musste auch viel lesen. Viele neue Karten. Sehr interessant das Ganze auf jeden Fall. Und ich hoffe jetzt, ihr habt noch einen guten Tag. Denn ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.